In diesem Video geht es um die besten Infrarotheizungen. Der Qualitätssieger in unserem Infrarotheizung-Test geht an die Suntec Infrarotheizung. Die Infrarottiefenwärmestrahlung geht direkt auf Menschen und Möbel über und fördert schnell ein angenehmes Wohlfühlklima. Die Kombination aus Konvektions- und Strahlungswärme sorgt für eine extrem kurze Aufheizzeit innerhalb derer die maximale Heizleistung erreicht wird. So können Sie sich, Ihr Bad und Ihre Handtücher im Handumdrehen aufwärmen. Die Infrarotheizung wird an der Wand montiert, Befestigungskit inklusive und besticht durch seine schlichte Optik und das platzsparende Design. Die beiden Handtuchhalterungen sorgen für kuschelig warme Handtücher nach dem Duschen oder Baden. Gemäß IP24 ist die Infrarotheizung vor Spritzwasser geschützt und so ideal fürs Badezimmer geeignet. Die Steuerung erfolgt über das leicht verständliche Bedienfeld. Neben dem Power-Schalter kann zwischen Echo, Komfort und dem Frostschutzmodus gewählt werden. Die Temperatur ist zwischen 10 und 32 Grad regulierbar. Zudem können mit dem Wochentimer individuelle Ein- und Ausschaltzeiten programmiert werden. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der ICQN2300. Das 3D-Reflecting-System bietet die höchste Wärmeeffizienz, indem es die Wärme aus drei verschiedenen Winkeln reflektiert. Über das digitale Bedienfeld der ICQN-Heizungen können Sie die Temperatur einfach einstellen. Ihre Heizung schaltet sich in gefährlichen Situationen bei Kippen oder Umfallen automatisch aus und sorgt somit für Ihre Sicherheit. Verchromte ICQN-Gitter sorgen für einen brillanten Look. Es bietet einen dauerhaften Schutz und eine langlebige Nutzung. First Class sensitive Thermostat erkennt die Raumtemperatur. Dank des empfindlichen Thermostats in den ICQN-Heizkörpern können Sie die Temperatur Ihres Raums einfach einstellen. Mit der Fernbedienung der ICQN-Heizungen können Sie die Temperatur Ihres Raums ganz einfach regeln, ohne aufstehen zu müssen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Infrarotheizung-Test ist die ICQN 800. Die Infrarotheizung überzeugt durch seine Heizleistung von 800 Watt. Eleganter Design-Heizstrahler für Innen- und Außenbereich. Maße 20 x 20 x 61 cm. Der Heizstrahler ist optimal für kühlere Abende geeignet. Im Garten, auf der Terrasse, auf dem Balkon unter der Markise, bei Veranstaltungen und Feiern, der Elektroheizstrahler ICQN ist ein echter Allrounder. Der Heizstrahler ist nach Schuhzart IP44 gegen Spritzwasser geschützt. Dank des Spritzwasserschutzes und des robusten Produktes ist dieser langlebig und qualitativ hochwertig. Sicherheitsgitter schützt vor Verbrennungen. Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten bietet dieser stilvolle und leistungsstärke Infrarotheizer. Durch gezielte Infrarotstrahlung wird der Körper direkt und effizient gewärmt. Heizer elektrisch hat energiesparend und platzsparendes Design für Indoor- und Outdoor-Terrassen. Unter Tischheizung. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.